Hitradio FFH, Lacher Rando. Sie bestellen, wir liefern. Hallo, das war Larik Klein. Hallo, hier ist der Boris von Lacher Rando. Hallo. Der Konrad hat bei uns was bestellt, ist der auch da? Konrad, guck mal, hier ist Lacher Rando. Ja, endlich, endlich, endlich. Da, ich kippe dir. Hallo. Hallo, hier ist der Konrad. Ja, ich rufe an, weil ich würde dir gerne ein paar Witze erzählen. Ja, und ich möchte dir auch einen Witz erzählen. Okay, dann fäng du mal an. Was ist ein Keks unter einem Baum? Keine Ahnung. Ein schattiges Bettchen. Kennst du den? Was sitzt auf dem Baum und schluchzt? Ähm, das weiß ich auch nicht, ne? Eine Heule. Der ist gut, ja. Aber eigentlich wollte ich dir ein paar Witze erzählen. Kannst du auch machen. Wer ist dein bester Kumpel? Leo. Leo, okay, pass mal auf. Der Lehrer fragt im Matheunterricht den kleinen Leo, du hast zehn Tafeln Schokolade und isst acht Stück davon. Was hast du dann? Daraufhin sagt Leo, Karies. Oder aber, ich habe noch einen, und zwar, zwei Kumpels unterhalten sich in der Schule. Sagt der eine, du, mein kleiner Bruder wurde Mittwoch getauft. Sagt der andere, das ist aber ein blöder Name, Mittwoch. Das ist auch gut. Sie bestellen, wir liefern. Lacher Rando. Nur bei Hitradio FFH. Was ist das? Wui. Wui. Wui.